Heute gibt es nochmal ein kurzes Video. Wir schauen uns mal das Sommer-Event an, was Minecraft uns heute veröffentlicht hat. Bis zum 12. Juli können wir uns kostenlose Items für unseren Skin einmal sichern. Das seht ihr ganz oben hier. Zack, klicken wir einmal rauf und dann sehen wir da diesen schönen kleinen Kalender wieder. Jeden Tag einloggen und sich die Geschenke sichern für seinen Minecraft-Skin, damit er optisch natürlich immer wieder neue Gestalt einnehmen kann. Wenn aber natürlich nicht so ein Freund bist von diesen Minecraft-Skins, kannst du dir auch immer gerne neue Welten unterladen. Auch bis zum 12. Juli gibt es immer wieder eine kostenlose Welt jeden Tag, die ihr euch einfach im Shop einfach runterladen könnt. Da seht ihr kostenlos, würde ich mir sichern, denn was kostenlos ist, nehmen wir mal mit. Sonst schau noch gerne bei mir in den Shop nach, da habe ich noch tolle Motive. Vielleicht findest du noch was für den Sommer. So, sonst war es das Video für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.